Hier haben wir jetzt eine neue Gattung von Igarashi, nennt sich Ginrin Kogane Dew. Er sieht da Ginrin, also wenn es dann so ist, dann ist es so. Er ist ja der Züchter, nicht ich. Es ist ein total interessanter, toller Fisch, hat eine schöne Kopfbaske, hat einen Motoguru. Eine interessante Zeichnung, gucken wir mal was noch rauskommt, da bleibt ein Jahr im Naturteich. Von der Größe her hat er so 65 cm, wir messen da noch genau. Und dann gucken wir einfach mal. Aber das ist was abgefahrenes, interessantes, muss ja nicht immer der langweilige Kohaku sein. Jetzt geht mal um die Züchter. Da war es nicht mehr her, es hat sich nicht mehr zu verheir. Er steht 6. Mai Kus. Wenn man sich sofort mit der Züchter so hinzunehmen, dann steht es nur ein, wie es schon hier. ass ich, die Züchter, der Züchter an der Züchter an der Züchter an der Züchter, dann sollte ich ihn mit der Züchter auch mit den Züchter anwerfen. Und dann ist das Züchter, der Züchter, der Züchter an der Züchter an dieser Züchter an der Züchter anzüchter,